Sinas große Pause Lernunterbrechung mit voller Hose Da sie sich allein in den Räumen ihrer Wohngemeinschaft befindet, wagt Sina das lustvolle Unanständige. Sie drückt sich während des Lernens für die Klausur einen duftenden Haufen in den Slip. Hiervon maßlos erregt, lässt sie sich vollumfänglich in das anteunende Gefühl hineinfallen, bis völlig unerwartet ihre Mitbewohnerin erscheint. Diese und noch viele lustvolle Geschichten mehr findest du frei zum Lesen auf unserer Homepage